Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Alliierten. Genau, ja, willkommen zur nächsten Mission, ich glaube sogar Mission 9 ist das schon. Und genau, wir sollen ja jetzt hier, ich bin schon mal ein bisschen nach vorne gefahren, wir sollen ja jetzt hier unten den Stützpunkt, hier müssen wir schnell sein. Wir müssen jetzt nämlich diesen Stützpunkt hier unten direkt einnehmen, weil, da seht ihr das da, die Energie ist ausgefallen und ja, genau, so. Wir haben einen Bauhof hinten bekommen, allerdings muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich das hier mit den Einheiten klarkomme. Das ist so eine Scheißmission, ey, ich hasse diese Mission wirklich, ich hasse sie wirklich, ey, weil die Einheiten halt genau ausreichen für die Panzer hier, wirklich. Oh, scheiße, Mann, 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 so, das geht schon mal ab, hier, komm, Bauhof, komm direkt nach. So, ah, das ging sogar ganz gut, ich hab noch ein paar Einheiten übrig. Ey, das ist ja geil, das ist ja jetzt echt fetzig, richtig geil, ich hab noch ein paar Einheiten bekommen, seht ihr hier den Stützpunkt? Genau, den müssen wir uns holen. Bauhof, fahr schneller los. Und genau, wir haben hier unsere Energie, ähm, ja, gecuttet bekommen sozusagen und irgendwas greift hier an. Genau, das Ding müssen wir beschützen, das ist nämlich die Chronosphäre. Chronosphäre, das ist die Superwaffe der Alliierten, genau, und hier oben, wo, wo ist der Bauhof? Um Gottes, hallo? Ach, Gott, ich dachte, der wäre, ich dachte, der wäre verschütt gegangen. Ha, das wäre es jetzt gewesen. Nein, äh, wie gesagt, wir müssen hier schnell sein, wir müssen hier so schnell wie möglich ganz so viele Panzer wie möglich aufbauen und vor allem mal den Sammler hier losschicken. Weil das wird auch noch ein Problem werden, mit der Kohle. Wie gesagt, so schnell wie möglich das Ding aufbauen. Komm, 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 bau auf, bau auf. Sehr schön, und dann direkt ein Großkraftwerk und... Ich hab keine Waffenfabrik, shit. Okay, egal. Äh, direkt ein Großkraftwerk aufbauen. Und dann würde ich sagen, verkaufe ich mal hier die beiden Dinger, da baue ich nämlich Flaks rein, weil ich weiß nämlich so in etwa schon, äh, wo hier die Angriffspunkte rein werden von dem. Und, ja, genau, so, dann mach ich das mal so, zack, und direkt eine Waffenfabrik. Wir müssen nämlich hier noch, so wie der Typ es gerade gesagt hat, noch 40 Minuten überleben einfach. Ja, da ist es nämlich, da ist der scheiß Träger von dem. Der plättet einfach immer meine Energie hier. Das ist so ein scheiß Träger. Wir müssen hier einfach nur schnell sein, so. So, dann warte ich das auch einfach mal ab. Hier, das ist halt die Chronosphäre. Was? Ah, genau, Manneken. Ja, ja, Manneken. Ich verstehe schon. Die Manneken sind erstmal egal. Glaube ich zumindest. Aber wobei, es sind sehr viele Grenadiere. Ich stelle mal die Anmeldung hier hoch. Ja, ist gut, Freunde. Das werdet ihr wohl schaffen. So, kümmert euch mal um den. So, zack. Und direkt, direkt Panzer bauen. Direkt Panzer bauen. Und direkt, äh, noch eine Energie bauen. Das ist ganz wichtig hier, weil der kommt auch mit Mammutpanzern und alles Mögliche. Mit allem möglichen Scheiß kommt der hier an. So, die Raketenwerfer haben schon mal angefangen. Das ist schon mal ganz gut. Gut, Energie, Energie, so, Energie, weiter Energie, weiter Kampfpanzer. Weil das ist wirklich ein... Da seht ihr die Mammutpanzer. So, äh, wie mache ich das jetzt? Ich nehme die beiden, komm. Da ist dieser Drecksmammutpanzer, der erste. Eieieiei. Okay. Dann Flak. Ganz wichtig hier, Flak. So, komm. Ja, sehr schön. Der erste Mammutpanzer ist weg. Sehr gut, ey. Hier kann man noch nicht mal richtig durchatmen. Hat man direkt, äh, ne, kriegt man direkt auf die Fresse in dieser Mission. So, ich zimmer jetzt hier alles zu mit Flaks, damit die Bomben nicht mehr durchkommen. Da verkaufe ich noch mal eins. So, ja. Jetzt haben wir erst mal ein bisschen beruhigt. Wie gesagt, äh, ja, ich freue mich wieder hier schön auf Commander Conker mit euch. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, hab noch schönes Auto aufgetankt und, äh, ja, das heißt, ja, das heißt, dass ich jetzt, äh, ja, frisch beim letzten Fälle wieder dabei bin und, ja, schön mit euch aufnehmen kann, ne? So, dann schaue ich jetzt noch mal gerade ganz kurz, den Anfang, den speicher ich mal, weil, ja, es ist wieder passiert. Er ist abgestürzt. Einfach so beim Speichern. Naja, egal. So, da kommt dieses scheiß Boot. So, blockiert mal den Weg da bitte. Ja, ich kenne diese Mission noch. Blockiert den, blockiert den, blockiert den. Nein, lass den nicht raus. Ah, blöd, ey. Ich muss da unbedingt ne Werft hinbauen. Nein, ne Werft. Ah, was? Grenadiere. Oh mein Gott. Okay. Ja, den kriegt ihr, oder? Den kriegt ihr. Ja, sehr schön. Geil. Okay. Der ist weg. Wunderbar. So, gebt mir ne Werft. Komm, Artillerie. Und ihr beide macht mal diesen scheiß Transporter da unten platt. Es gibt nämlich noch einen Angriffspunkt hier. Es gibt hier drei Angriffspunkte. Das ist ja so krass. So, dann geht mal weg. Lass mal, ah, lass mal die Artillerie die Arbeit machen. So. Und ihr beide schön auf dem Mammutpanzer. So. Du auch auf dem Mammutpanzer. So. Komm schon, schaffst du, schaffst du, schaffst du, Turm. Nein, ist kaputt. Scheiße. Egal. So, dann kitet ihr mal. Shit. Ja, sehr schön. Der Mammut ist weg. Wunderbar. Wunderbar. Dann baue ich mal einen Gummipanzer. Damit man halt... Was? Wo? Ich habe hier irgendwo einen Raketenwerfer gehört. Naja, schauen wir mal. So, ich wusste hier nämlich... Also das Ziel von der Mission ist hier einfach nur überleben. Das ist einfach so simpel, ja. Simpel überleben. So, einer reicht eigentlich, aber ich will schon mal sehen, was hier los ist. So, was haben wir hier fertig? Geschützturm. Ja, brauche ich. Da kommt der nächste Transporter von hier. Shit, ich habe keine Schiffe gebaut. Ah, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein! Ah, der ist schon wieder durchgekommen. Scheiße. Oh, fuck. So, ja, ist egal. Komm, den kriegt ihr. Den kriegt ihr auch. So, sehr schön. Hä, was? Ah, der versucht hier... Ja, dann schießt den mal kaputt da oben. Ist okay. So. Der Turm ist intelligent. Ja. So, dann baue ich hier mal ein paar Schiffe hin. Weil die werden wir brauchen. So, ich wollte hier eigentlich erstmal erkunden fahren. So. Wir haben nur noch eine halbe Stunde. Z.B. eine halbe Stunde Spielzeit. Und ich schaue mal gerade... Ja, der wird drauf. Sehr schön. Wunderbar. Gut. Ja, nach 30 Minuten schaffen wir es schon. Komm. Ja! Ja, haha. Ich habe dem seine Bomben hier mal blockiert, ey. So, das ist nämlich auch ein Haupt... ...Nervenpunkt hier in dem Level. Dass der mit seinem Bomber immer... ...wirklich... ...wirklich... ...ja, danke. ...wirklich immer... ...ääh... ...hier die... ...ääh... ...energie... ...klaut. Und das ist doch mal... ...der hat mir beide Türme weggehauen. Was für ein... ...was für ein Penner ist das denn? Ja, er macht den Raketenwerfer platt. Komm, 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 komm. Sehr schön. Und jetzt den Panzer platt machen. Komm. Der greift nämlich unentwegt an. Bis die Mission zu Ende ist. Das ist... ...das ist so krass hier. So, weiter. Weiter Türme. Sehr schön. Geil. Alles klar, so, ich habe kein Geld mehr. Ja, ich brauche eigentlich auch noch einen Sammler. Wo ist der Sammler? Da ist der Sammler. So, aber ich muss erstmal eine gescheite Verteidigung haben. Ah, Moment mal, da war doch noch eine Stelle. Da war noch eine Landestelle. Ja, ich erinnere mich. Hier unten war auch noch eine Landestelle. Die können wir ja dann mal, äh, entfernen. Genau, die können wir entfernen, ja. Indem wir die Schiffe erstmal hier hinstellen, einfach. So, Turm. Zack, fertig. Dann der nächste Sammler, bitte. So, komm, schneller, schneller. Sammeln doch nicht immer die kleinen Fitzel auf, Mensch. So, Flak habe ich hier erstmal genug. Ja, das, äh, Spionieren kann er gerne machen. Das bringt dem nichts, weil ich hier halt diese Schattengeneratoren habe. Äh, das sind Schattengeneratoren. Das heißt, wenn ich die habe, sieht der Gegner das normalerweise als menschlicher Spieler nicht. So, da kommt doch noch... Kommt doch wieder was angeschissen hier. Ich sehe das doch da. Der will meine Werkstatt haben, oder? Nee, der will nicht meine... Der schießt einfach so auf die Mauer. Ja, okay. Ja, dann ist klar, weißt du. So, zack, zack. Weg damit. Weg mit dem Manneken. Die Artillerie macht dann, komm. Artillerie! Ja, sehr schön. Gut. Oh, Sammler. Ich brauche einen Sammler. Ich brauche einen zweiten Sammler. Ich brauche Kohle, Mensch. Aber hier kann ich erstmal die Schiffe davor stellen. Hier ist nämlich ein Landepunkt von dem. Da lasse ich die erstmal stehen. So, nein, nein, nein. Erstmal den Sammler. Erstmal den Sammler, so. Ha! Da war nämlich noch ein Bomber. Seht ihr das? Den haben wir schön abgefangen jetzt. Geil. Richtig nice. So. Ja, dann kommt da der nächste Schwall. Alles klar. Dann ziehe ich die mal hier runter. Ziehe die mal hier in die Geschütztürme rein. So, dann... Mach die fertig, komm. Mach die fertig. Ich brauche nämlich unbedingt jetzt Panzer auch, ja. So. Oh, shit. Der Penget... Ah, Penner, ey. Wichtiger Wichser ist das. So, dieser Raketenwerfer da hinten, ne? So. Gut, du hast ihn schon mal angeschossen. Dann kommt er jetzt wieder hier hinten, ne? So, das haben wir abgewehrt. Das ist schon mal gut. Ja, komm ruhig, komm ruhig. Ja, ha, ha, ha. So, weiter Panzerbau jetzt. Jetzt ist es einfach nur richtig, weiter Panzerung und verteidigen, wenn es geht. So. Ja, da ist schon der nächste. Panzer und am besten auch noch Schiffe, wenn es geht. Ja, da kommt nämlich das nächste Boot. Ich sehe dich doch da. Mensch. Zieh die Panzer hier hin. Wo kommt der? Ah, ha, der versucht es da unten. Ja, seht ihr? Ah, ist der nächste Mammutpanzer. Ist das gut da hinten? Moment, ich guck mal gerade. Ist das gut hier? Nein! Warum, warum fährt der vorbei? Ah, ich brauch noch ein Schiff. Okay. Ich verstehe. Ich brauch noch ein Schiff. Das war der Mammut. Okay. Alles klar. Ich brauch noch ein Schiff da unten. Dann baue es mal. Ja, sehr schön. Ah. Das tut weh. Na egal. Ich tue das hier schon mal hier hin. Ist der da tatsächlich durchgekommen? Ich fasse es nicht. So. Egal. Da kommen die nächsten Raketenwerfer. Ja, ist gut, dass ich hier ein bisschen aufgedeckt habe. Da kann ich mich ja schon in Ruhe drum kümmern. So, die treffen nicht. Sehr schön. So. Ihr seid Geschichte, meine Freunde. Fahr die mal plattkommen oder so. Genau. Der kann wahrscheinlich erst noch einmal schießen, oder? Nein, nicht schießen. Oh Gott. Okay. Sehr gut. Puh. Dann noch ein weiteres Schiff, bitte. Ja. Und tschüss. Der hat das wieder versucht. Blockiere das mal, bitte. So. Dann geht es mal weiter hier mit dem Panzerbau, würde ich sagen. Ich baue erst mal Gummipanzer, aber ich nicht so viel Kohle habe hier. Oh. Ey. Was machst du denn? Egal. Fahr da mal hin. Lock die mal irgendwo anders hin. So. Das war einer bereit, habe ich gehört. Ja, genau. So, dann können die auch mal hier blockieren. Meine schönen Schiffe. Lockiert ihr mal hier weiter. Haha. Lockt die mal ganz woanders hin. Lockt die mal woanders hin. Komm. So, ich schaue nochmal gerade, ob der aufnimmt. Jawohl, er nimmt weiterhin auf. Oh, was kommt denn da an geschissen? Uiuiui. Habe ich gerade meine Verteidigung. Verteidigungstruppen weggezogen. Ihr kümmert euch mal bitte um den Raketenwerfer. So. So, sehr schön. Alles klar. Ihr kümmert euch da. Oh, jetzt kommt er auch noch von rechts. Oh, scheiße. Oh, das ist zu viel jetzt. Das ist jetzt echt zu viel. Oh, Mann. Komm, mach den kaputt. Und direkt runter hier. Komm. Lass den doch nicht rein hier, ey. Scheiß Eindringling. So, die Schiffe sind fertig. Oh. Wer, was hat der... Ah, nur meine Flak. Okay, ich verstehe schon. Nur meine Flak. Die sind so gefährlich, diese Einheiten hier, ey. Komm, mach mal den kaputt. Scheiß Raketenwerfer, ey. Wirklich. Nein, nicht die Mauer abschießen. Oh, noch mal Wutpanzer. Oh, Gott. Was soll denn das? Komm, schaffst du. Schafft ihr, oder? Nein, schafft ihr nicht. Ja, weil ihr halt... Weil ihr luschen seid. Oh. Der Raketenwerfer haben auch überlebt. Ja, scheiße. Ich glaub, das war's jetzt. Oh, Gott. Alter, diese Fuck-Raketenwerfer. Artillerie, komm. Oh, Gott. Ich schießt die Raketenwerfer im Arsch. So. Oh, Gott. Hier, komm, Panzer. Drauf da. Alter, der lebt immer noch. Ja, komm. Ich brauch Kohle, verdammt. Ich brauch Geld. So, komm. Mach den kaputt. Mach den kaputt, bitte. Oh, Gott. Nein. Oh, sehr schön. Und das... Ja, sehr geil. Okay. Den Mammutpanzer krieg ich noch weg. Nein, ist der falsche. Hier den. Oh, Gott. Alter Schwede. Da kommt nix mehr rein, ne? Da kommt immer noch was rein. Aber ist egal. Komm. Nein. Alter. Verkauf mal die... Noch ein Mammutpanzer. Geschützturm. Oh, mein Gott. Scheiße, nein. Ich hab nicht gespeichert, junge Leute. Oh, Gott. Ich bin wahrscheinlich jetzt hier der Einzige, der... Der hier rumfällt, hä? Ich brauch keine Schattengeneratoren. Komm, weg damit. Alter. Nee, stirb nicht. Geschützturm. Weiter. Du schießt doch bitte da hinten drauf. Schieß den ab, komm. Ja, der... Alter. So. Jetzt aber. Weiter Geschütztürme, ey. Ich muss mich jetzt hier verbarrikadieren. Es ist doch krass. Es ist doch krass. So. Gut. Ein bisschen abgelenkt hier. Alter. Das war krass, ey. Puh. Weiter geht's. Geschütztürme bauen. Die Schiffe machen den. Ah, das passt. Hier passt das noch. Okay. Sehr schön. Boah, ist das eine anstrengende Mission, ey. Wirklich. Nein. Was macht ihr denn? Warum bin ich immer in Geldnot? Ja, ist egal. Komm. So. Das kriegt ihr ja wohl hin. Oder? So. Jetzt kann ich mich echt endlich mal wieder ein bisschen aufbauen. So. Boah. Alter, krass. Ist das heftig. Okay, letzten zehn Minuten. Ich glaube, jetzt gleich kriege ich richtig aufs Maul. Jetzt gleich kriege ich richtig auf die Fresse. Das heißt, Geschütztürme, Geschütztürme, Geschütztürme. Panzer brauche ich hier nicht. Da kommen Männiken. Warum kommt er denn jetzt mit Männiken? Für Männiken sind die Geschütztürme scheiße. Oh Gott. Alter Schwede. Ich will selber durchatmen, ey. Ja, komm. Ist egal. Ah, obwohl Grenadiere. Schießt doch nicht auf verschiedene. So. Dann weiter. Oh, da kommt schon der nächste Panzerschwall. Ja, geil. Oh Mann, ey. So, Bunker. Ne, Bunker brauche ich nicht. Das sind ja Grenadiere, weil die explodieren schön, wenn sie... Ja, ja, Raketenwerfer, toll. Ja, oah. Was ist das denn hier? Das ist ja wohl... Ey, Gummipanzer, komm. Äh. Scheiß Mammuts, ey. Komm. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich habe wahrscheinlich zu viel Geld für die... für die Schiffe verbraucht. Shit. Jetzt hat er mich. Aber ich habe noch diese beiden Geschütztürme hier, ey. Oh. Oh Mann, ey. Ja, das war's. Das war's, oder? Oh, ey. Alter Schwede. Gummipanzergeschützturm, komm. Den Raketenwerfer. Weg mit dem Raketenwerfer, ey. Boah, gut. Der Raketenwerfer ist schon mal weg. Dann der Mammut da, komm. Das ist gut. Das ist gut. Der will erstmal eine Verteidigungsanlagen killen. Oh, ist das schwer. Alter Schwede. Boah. Ja, toll. Das war... Oh. Alter. Ey. Was ist denn hier los? Ich muss doch nur irgendwie überleben. Ne, Freunde, wisst ihr was? Boah. Äh, das starte ich nochmal neu. Äh, das waren jetzt 20 Minuten natürlich, die ihr hier für den Arsch, ja. Ich weiß, aber... Es tut mir leid, ey. Und dann muss ich leider echt nochmal neu starten. So, gut. Dann ist jetzt natürlich die Musik erstmal nochmal wieder weg. Soundsteuerung. Okay. So. Äh, okay. Dann konzentriere ich mich jetzt wirklich rein auf Panzer, ey. Rein auf Kampfpanzer. Nicht mehr auf Schiffe, weil die Schiffe, die bringen nix. Wie ihr seht. Die kommen ja immer... Die kommen ja trotzdem durch. Ja, natürlich. Und jetzt... Ne, 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 ne. Oder? Ne. Jetzt nimmt er mir die Werkstatt weg, oder was? Ne, ich wollte schon sagen. Okay, dann bau einfach nur Kampfpanzer. Bau einfach nur scheiß Kampfpanzer, ey. Und Geschütztürme. Oh, da kommt der Mammut. Da ist der erste scheiß Mammut. So, weg damit. Mach es weg. Komm. Ich mach auch die Spielgeschwindigkeit jetzt mal ein bisschen höher. Damit das keine Zeitverschwendung ist. So. So, mach das. Und hier unten die Verteidigung aufbauen. Ich baue nur Geschütztürme, weil die Manneken, die machen halt... Die machen nicht so viel. So, mach das kaputt. So, weiter geht's. Geschützturm, Panzer. Oh, das ist aber eine echt knackige Mission. Scheiße. Oha. Oha. Okay, noch ein Geschützturm da unten hin. Noch ein Panzer. Nein, zweite Sammler. Fuck. Zweite Sammler, ja. Da kommt der nächste Schwall. So. Und hier. Mach das mal kaputt. Mach das kaputt. So, danke. Und die scheiß Raketenwerfer noch. Danke. So. Okay. Der ist weg hier. Der Transporter. Alles klar, mein zweiter Sammler. Boah, ich bin grad ein bisschen angespannt wieder, ey. So. Ja, ist gut. Das schaffen wir schon. So. Nächster Schwall. Der nächste Schwall kommt hier. Und mach das weg. Komm. Oh, yo. Mach den scheiß Raketenwerfer weg. Mach den Raketenwerfer weg. Oh, er hat doch mal geschossen, ey. Ist klar. So. Hier haben wir den vierten. Weiter Geschütztürme. Und weiter Panzer. So. Die kann ich doch auf... Nein. Ja, okay. Moment. Wenn er nur auf die Mauer schießt, ist das seine Schuld. Das ist... Noch ein Geschützturm. Muss mich hier echt 100% verbarrikadieren. Oh, ist das eine scheiß Mission, ey. Ich hasse dieses Szenario. Wirklich abgrundtief. Abgrundtief hasse ich das, sage ich euch. Den nimmt aber immer noch auf. Ja, die Manneken, wie gesagt, die machen nicht viel. Da lohnt es sich auch jetzt nicht keine... Da lohnt es sich jetzt auch nicht, irgendwelche Bunker zu bauen. Weil das bringt nichts. Das bringt nichts. So. Das läuft doch schon mal besser. Bis jetzt. Da ist schon genug Panzer hier. Weil die letzte Welle... Boah, die letzte Welle wird heftig. Einfach weiter bauen. Komm. Einfach weiter geschützt. Einfach komplett zugleistern. Ja, komm, mach den Turm fertig. Einfach komplett zugleistern. Und weiter bauen. Komm, weiter. Kein... Nicht müde werden hier. Nicht müde werden. So, die können sich mal da hinstellen. So. Die können sich mal hier hinstellen, um das abzufangen, was da immer kommt. Da unten komme ich nicht mehr raus. Ja, ich weiß. Weil der nächste Trupp wird für hier unten sein. Da kommt er. Da kommt er. Stell mal die Schiffe bitte ab. Stell mal die Schiffe hier hin, damit die helfen können. Da ist schon ein Mammutpanzer. Hahaha. Ich hab's doch gehört. Da ist ein Mammutpanzer platt gegangen. So. Sehr schön. Dann... Macht das kaputt. Macht das kaputt. Macht das kaputt. Sehr schön. Das haben wir abgewehrt. Sehr geil. Okay. Ja, das ist egal. Komm. Und... Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ah, der Raketenwerfer. Das ist scheiße. Die Raketenwerfer. Ja, komm. Okay, egal. Direkt nachbauen. Direkt nachbauen. Ja. So. Komm schon. Wo ist der Raketenwerfer, hä? So, der ist weg. Wo ist der Raketenwerfer? Da ist der Raketenwerfer. So. Weg damit. Mach nur mal vor uns. Zwei Raketenwerfer, ey. Weg damit. Mach es weg. Mach es weg. Mach es weg. Mach es weg. Da kommt der nächste Schwalb. Rückzug. Oh mein Gott. Alter, ich bin noch hier... Ich muss noch hier erstmal klarkommen. Mensch. Freunde. Egal, das passt. Ja, das passt. Egal. Ist alles gut. Du auch. Helf dem doch. So. Der Trupp ist weg. Okay. Hier brauche ich nicht so viele. Los. Hier hin. So. Was war das? Das war ein Geschützturm. Okay. Alles klar. Weiterbauen hier. So. Weg damit. Oh Gott. Weg dem Drecksmarmut. So. Ich speichere das erstmal ab hier bei Mission 9. Und dann schaue ich mal, ob der noch weiter aufnimmt hier. Es sieht nämlich nicht so aus, oder? Doch. Doch. Er nimmt weiter auf. Alles klar. Das passt. Sehr schön. Na, nächste Turm. Nächste Panzer. Komm. Boah. Raketenwerfer. Die können sich die Manneken kümmern. Da können sich die Manneken drum kümmern. Komm schon, mach das weg. Nein. Warum kommt da ein Manneken raus? Oh, Mann. Man muss da immer ein Manneken rauskommen bei denen, ey. Ey, das ist anstrengend. Richtig, richtig anstrengend. Boah, ey. Ja, gut, komm. Raketenwerfer, da kommt der Panzer drauf, so. Zweikampfpanzer haben gegen vier Geschütztürme keine Chance. So, weiter geht's. Weiter bauen. So, der kommt hier unten. Das schafft ihr, oder? Das schafft ihr. Oh, der hat beide Schiffe weg. Egal. Geile Mission bis jetzt, ey. Nicht geil, aber es ist halt anstrengend, ey. Hallo? Ey. Der ist so fokussiert auf... Ey, was? Wie dreist ist der denn? So, jetzt hab ich den Namen da mal angegriffen. So, man soll da mal schicken, was er hat. Solange die Geldzufuhr nicht unterbrochen wird, ist alles gut. Fahrt dir mal platt. Ja, wie ihr merkt, ich bin sehr hektisch bei dieser Mission, aber das ist wirklich... Wirklich krass, also... Ja. So, okay, hier steht noch alles. Sehr geil, da kann ich mich rein auf Panzer konzentrieren. Für die letzte Welle. Die letzte Welle, so. Boah. Alter Schwede, so. Weiter Panzerbocken. Nicht nachlassen. Weiter Panzerbocken. Das hier ist noch nicht beschädigt, das ist gut. So, okay, weg damit. Weg damit. Weg mit den scheiß Mammutpanzern. Oh, ey. Das ist so eine richtige Ficker-Mission. So, und weiter geht's. Hier unten geht's weiter. So, nächster Angriffspunkt. So, scheiß Raketenwerfer. Mach den Raketenwerfer. Mach den Raketenwerfer, so. Okay. Sehr schön. Der Mammutpanzer. Lock den hier hin. Lock den hier hin. Kommt. Sehr schön. Sehr schön. Das war's auch für den. Oh, geil. So, okay. Dann haben wir ja... Oh, was? Ach, hier unten. Ah. Was? Wie haben die wir denn jetzt hier die Energie abgezapft? Wie denn das? Was fokussiert ihr da? Na, keine Ahnung. So. Oh, der ist so unverschämt mit seinem Sammler, ne? So, egal. Egal, komm, weiterbauen, weiterbauen. Keine Müdigkeit. Keine Müdigkeit. Oh, da kommt jede Menge Scheiße an, Kurt. So. So, nach fünf Minuten. Kommt, Freunde. Ich mach die Spielgeschwindigkeit jetzt mal ein bisschen runter. Äh, wo war denn das hier? Spielsteuerung. So. Das ist so eine krasse Mission hier, wirklich. Oh, Mission 9 so speichern. Nochmal gucken. Den nimmt weiter auf, oder? Ja. Den nimmt weiter auf. Sehr schön. Okay, gut. Dann ihr hier runter. Ich hab keinen Strom mehr. Warum? Ey! Wo kommt das denn her? Sag mal. Aber die Flags nicht funktionieren, ne? Ich verstehe schon, ja. So. Okay. Noch vier Minuten. Noch vier Minuten. Komm. So, das schafft ihr ja wohl. Wo sind die Panzer von eben? Ihr solltet die platt fahren. Oh, Gott. Reparier das weiter, bitte. So, jetzt klister ich nochmal. Nochmal Großkraftwerk hin. Das brauchen wir ja nicht mehr. Oh, die sind weg. Hab ich's geschafft jetzt, ne? Mit nur noch drei Minuten am Ende. Das Scheiß sieht fast so aus, ne? Geil. Okay. Ja, noch drei Minuten. Das bringt... Ja, natürlich. Immer kommt da ein Soldat raus bei denen. Immer. Immer. Seht ihr das? Immer. So, weiter. So, wegmachen. So. Irgendwo schießt noch ein Raketenwerfer, aber das... Was macht der denn? Ja, ich weiß, der kommt da nicht hin, aber... Komm schon. Blöde Raketenwerfer. So. Boah, ey. Scheiße. Aber ich glaub, dann hab ich die geschafft, wa? Ja, sehr geil. Okay. Zwei Minuten schaffen die's nicht mehr. Ja, fahr ruhig in meine Basis rein, Sammler. Ist okay. Noch unverschämter kannst du ja nicht werden. So, der ist weg. Alles klar. So, dann haben wir den mal einen Sammler weggenommen hier. Ob der keine Kohle mehr kriegt. So, mach den weg, mach den weg, mach den weg. Du machst den Raketenwerfer, bitte. Oder nee, den Grenadier. Komm, mach den Grenadier weg. Mach den Grenadier weg. Scheiße. Ja, eine Minute. Ah, ha, ha. Der hat seinen eigenen Mann abgeschossen. Haha, wie geil. Wie geil. Okay, dann passt das. Ja, komm. Fahr den, fahr den platt. Und dann war's das. Das war's. Wir haben's geschafft. Yes. Boah. Das war so eine Mission, ey, wirklich. Da hab ich echt Schiss vor gehabt, vor der Mission. Vielleicht noch ein bisschen in die Basis. Nee, das war's. Sehr schön. Yes. Yes. Geil. Okay, wunderbar. So, ich schau noch mal gerade. Ja, das passt. Das passt. Ah, ich hab gerade hier ein, äh, ein Freeze. Oder was auch immer. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen abwarten. So, ich guck mal, ob der noch aufnimmt. Nimmt der noch auf? Er nimmt noch auf, ja. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, ja, das war eine sehr, äh, eine sehr anstrengende Mission für mich. Also, wow, ich konnte auch nicht so viel Smalltalk mit euch machen, weil ich mich so konzentrieren musste. Und, boah, krass. Krass, da werde ich mich erstmal von erholen müssen. Aber ja, okay, Freunde, dann würde ich sagen, wem es trotzdem gefallen hat, da würde ich mich doch über Feedback freuen. Und, ja, dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt erstmal zusammen und mache erstmal Schluss für heute. Genau. Gut, Freunde, dann wünsche ich euch auch einen schönen Abend und einen schönen Tag, ne? Ciao, ciao.